Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaut habt zu einem weiteren Video von mir. Ich habe in einem meiner letzten Hauls ein Gewinnspiel veranstaltet und ja, ich wollte das eigentlich diese Woche schon ausgelost haben, bin aber leider nicht dazu gekommen. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Und ja, diejenigen, die teilgenommen haben, wissen ja, hier gibt es diese Box. Da habe ich ein paar Produkte mit reingetan und es haben auch welche an dem Gewinnspiel teilgenommen. Und es sind insgesamt sieben Kommentare gewesen. Davon konnte ich vier Stück werten und die Namen habe ich jetzt hier einfach mal in so eine Duplasschachtel reingetan und schüttel das jetzt einfach mal. So geht's. Und ja, also ich los jetzt hier einmal aus. Ich habe hier einen Zettel. und gewonnen hat die liebe Vera Paul. Paula, Entschuldigung. Also Vera Paula hat gewonnen. Und ja, liebe Vera, ich schreibe dir jetzt eine Nachricht und wäre super, wenn du mir da schnellstmöglich antworten kannst, damit ich dir dein Paket hier schnellstmöglich zuschicken kann. und ich hoffe, du freust dich über den Gewinn und ja. Ja, ihr Lieben, das war's dann auch schon wieder. Ganz kurz und knapp, liebe Vera, ich wünsche dir viel Spaß mit deinem Gewinn und an alle anderen, die teilgenommen haben. Es wird mit Sicherheit wenigstens wieder weitere Verlosungen geben und ich hoffe, ihr bleibt dabei und ich hoffe, ihr habt Spaß mit meinem Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.